Warum bleibt das Wasser im Eimer, wenn wir ihn kreisen lassen? Auf das Wasser wirkt ständig die Erdanziehungskraft, das Wasser wird also ständig in Richtung Erdmitte beschleunigt. Das erklärt, warum das Wasser im Eimer bleibt, wenn wir ihn halten oder nur ein wenig schwenken. Warum bleibt das Wasser aber auch im Eimer, wenn wir ihn kreisen lassen und er kopfübersteht? Bewegt sich der Eimer auf einer Kreisbahn, so ändert sich ständig seine Richtung und damit seine Geschwindigkeit. Nach der newtonschen Bewegungsgleichung wirkt also ständig eine Kraft auf den Eimer, die von uns ausgeübte Kraft. Um den Eimer in Bewegung zu versetzen, muss also eine Kraft auf ihn wirken. Aus dem Trägheitssatz ist bekannt, dass der Eimer seine Geschwindigkeit, also Tempo und Richtung beibehält, solange keine weitere Kraft auf ihn ausgeübt wird. Der Trägheitssatz gilt nicht nur für den Eimer, sondern auch für das Wasser darin. Würde man ihn loslassen, so würde weiterhin die Gravitationskraft auf den wassergefüllten Eimer wirken, wodurch er sich wie ein geworfener Tennisball weiterbewegen würde. Durch das Halten des Eimers üben wir also ständig eine zusätzliche Kraft auf ihn aus. Die Addition von Anfangs- und Zusatzgeschwindigkeit ergibt wiederum die Bewegung auf einer Kreisbahn. Boden und Wände des Eimers üben ständig eine Kraft auf das Wasser aus. Das Wasser ändert dadurch ebenfalls seine Geschwindigkeit und bewegt sich auch auf der Kreisbahn. Um die Gravitationskraft zu überwinden, muss die Zusatzkraft groß sein, das heißt der Eimer muss schnell kreisen. Höchst Höchst Vielen Dank.